Wird dann auch wirklich Zeit? Genau, dann gucken wir mal hier auf diesen Bogen drauf. Vielleicht haben wir da ja ein Glück. Dass hier entsprechend was ist. Scheiße, wo muss er ja sein, ne? Er kann ja nicht weg sein. Ha, 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 ha. Was? Denkt man sich dann immer. Toll, es sind wieder die, gegen die ich keine Chance habe. Sehr schön. Da freue ich mich doch, dass die wieder da sind. Und hier stalken. Yay. Mist. Und jetzt? Hier sind ja auch keine. Hm. Also ich weiß, ich bin hier irgendwie raufgekommen. Oh, 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 hier ist eine Kiste. Zurück zu mir. Ah. Und? Sehr schön. Na, schon wieder Totenkopf. Nee, diesmal nicht. Nicht ausweichen, das ist unfair. Das macht man nicht. Hallo? Krass. Krass. Er wollte es nicht wissen, aber hier oben ist noch einer. Oh, Level 20. Den schaffen wir. Na, sehr schön. Das ist meiner. Uh, Level 20. Yes. Jetzt sind wir ja schon fast ebenbürtig mit ihm. Hm, hm. Na, ja, fast. Und haben wir jetzt irgendwie mehr Lebensenergie gekriegt? Ja, ein bisschen mehr Lebensenergie. Ich glaube, 30 Punkte mehr auf Lebensenergie. Hm. Hm, na, ja. Viel bringen tut das jetzt eigentlich auch nicht. Das ist echt so frustrierend. Wie soll man denn da das Vernünftige hinkriegen? Wobei, ich glaube, ich war auch ein, zwei Level drunter, als ich ihn platt gemacht habe. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas muss ich gemacht haben, dass es geklappt hat. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Nee. Leider nicht. Also, ich hoffe jetzt wirklich inständig, dass der hier oben drauf ist, ne, der kleine Kerl. Aber nicht, drehe ich durch. Hm. Nee, es sieht irgendwie nicht danach aus. Na, toll. Das ist ja echt verbuddelt, ne. Wir können mal gucken, ob wir da drüben drauf kommen. Oh, das klappt, das klappt, das klappt. Los, komm, das muss, das muss jetzt einfach klappen. Yippie. Ein toll. Und ich bin hier oben drauf und kann es nicht mitnehmen. Yay. Hm, da ist auch irgendwas. Ah, das konnte ich sehr gut. So, ich gucke mir trotzdem mal, ob vielleicht dann auf dem anderen doch noch was ist. Das hat man ja eben nicht so richtig gesehen. Na, sieht nicht so aus. Hm. Was ist hier so schönes? Ah, okay. Ah, die E und die. Hm. Ist ja krass. Aber so ein Riesentor, ne. Also, irgendwas Schönes muss dahinter sein. Wenn nicht, ist es einfach nur total enttäuschend. Wenn das nicht so sein sollte. Hm. Hier ist keiner irgendwie. Hm. Also, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich zurück und Mac wieder richtig zusammenbasteln. Oh, ist das doof. Ja, aber was anderes bleibt uns nicht übrig. Na gut. Ähm. Also, dann zurück zum Crawler. Yay. Hahaha. Ach, Mann, ey. Ja gut. Unser Inventar ist auch komplett voll. Von daher ist es natürlich ein Vorteil, wenn wir das jetzt kurz mal entleeren, dann können wir doch die ganzen Energie, also die ganzen Energiekugeln, die wir haben, investieren, um den Kern von dem einzelnen Kernbots hier aufzuleveln. Ja. Es ist nicht nur schlecht. Ja. Reden wir uns das weiter ein. Ja, ja. Genau. Das Inventar ist wirklich sehr, sehr klein. Das muss ich auch sagen. Also, mal gucken. Ähm, Mac ist Stufe 20. Ah, okay. Also, Mac muss jetzt auf jeden Fall wieder zurück in Mac. Mhm. Das heißt, wir... Warte mal, wir haben 20, 19, 18. Mhm. Schauen wir uns mal bei Mac rein. Hm. Schon schöne Sachen dabei hier, ne? War das ja low-levelig. Level 1. Das gibt man ihm noch nicht mehr. Hm, okay. Einmal 25, ja. Aber noch reichlich Luft. Stufe 17, aber es geht noch nicht. Da haben wir nicht die richtigen Teile. Wobei, das hier würde gehen. Aber ich glaube, wir haben ein komplettes Set. Hm. Ich muss mal kurz gucken, welche Teile wir bei ihm ausgerüstet haben. Er ist ja Stufe 18. Wir haben jetzt Weiß und Blau haben wir hier drin. Hm. Okay, bloß das vorhin. Wir wissen, dass wir vielleicht auf eine komplette Rüstung setzen können. Ja, das hat mir... Hm, hm. Stufe 30. Krass, ey. Hier, das würde gehen. Stufe 17. Das passt. Und da kann ich auch... Perfekt! Oh, toll. Dann habe ich nicht mehr genug für die anderen. Ist das nicht ätzend? Oh. Na, egal. Ah, hier. Das bringt schon einiges. Oh. 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 Super. Na ja, weil hier, da habe ich schon die beiden für. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch das Andere. Hm. Doof. Brauche ich ihn jetzt hier auch? Eigentlich erstmal nicht. Genau. Kernfusion. Natürlich setze ich erstmal auf Mag. Ist immerhin der, den wir am häufigsten einsetzen. Der hat auch so, wenn er jetzt in seiner Originalhülle ist, einfach die stärksten Attacken, ne? Muss man ganz klar sagen. Ja. So, und schön fleißig leveln, genau. Finde ich gut, dass er denselben Level hat wie wir. Was verändert sich? Boah, so ein bisschen was, ne? Wenn ich das hier sehe bei ihm. Ah. Natürlich alles nur minimal, aber ist schon in Ordnung. Doch. So, dann hätten wir das. Dann würde ich sagen, machen wir da beim nächsten Mal weiter. Und gucken, ob wir dann vielleicht uns mal langsam dann gegen Victor in den Kampf begeben können. In diesem Sinne, büßt zum nächsten Mal. Euer Mr. Zogger. Bis zum nächsten Mal.